Willkommen zu Darius Tabletop, ich habe hier noch eine Schwester Sororitas gepaintet, demnächst mit Acrylfarbe, hier heute noch mit Buntstiften und Inks und Pen, einen Fantasy Typen habe ich hier gezeichnet, hier jetzt ein bisschen 40k, ich muss noch gucken wie wir es machen mit der Verlosung, kommentiert unten und vielleicht schmeiße ich euch dann alle in ein Hütchen und ziehe dann einen Namen, wenn ihr kommentiert, kommentiert was ihr als nächstes sehen wollt, Ja, vielleicht auch noch, muss ich mir noch überlegen wie wir es genau machen mit der Verlosung, vielleicht taugt auch ein Patreon, damit wenigstens für den Versand aufgekommen wird, ich weiß ja nicht genau wo das überall hingeht, wäre auch dann ein versicherter Versand, aber ich kriege das dann irgendwie raus, ansonsten ja, kommentiert was ihr als nächstes sehen wollt und eventuell vielleicht mache ich auch eine Kategorie Commissions oder so, auf jeden Fall gibt es demnächst wieder ein Tabletop Video, Hochelfen und Bretonen und ich überlege kleine Zwerge zurück ins Fantasy zu bringen, ins Aus, bis bald!